Herr Knappmann, Sie waren heute oder die Westfalia Herne war heute Gastgeber des Benefizturnier oder auch Blitzturnier unter dem Motto jeder gegen jeden. Wie zufrieden sind Sie mit dem Tag? Ja, also sportlich gesehen sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden. Wir haben Borussia Dortmund geschlagen, eine der Spitzenmannschaften in Deutschland und ein Champions-League-Teilnehmer. Von daher sind wir sportlich mega zufrieden. Ja und ich glaube auch das Event hat sich für uns und für den DFD-Warner Eickel auch finanziell gelohnt und auch in Sachen Außendarstellung war das sicherlich ein ganz besonderer Tag. Von daher nochmal großen Dank an Borussia Dortmund und an alle, die das möglich gemacht haben hier heute. Wie viele Tage Vorbereitung oder Wochenvorbereitung lagen da jetzt vor Ihnen? Ja, also es waren jetzt schon harte Wochen. Ich bin eigentlich eher ein unorganisierter Typ, aber ich habe mich dann trotzdem auch reingekniet. Aber die Hauptaufgabe haben andere geleistet und ich glaube, das haben die heute perfekt gemacht. Wenn ich jetzt den VIP-Raum da sehe und die ganze Organisation drumherum. Also ein großes Kompliment an alle, die das hier heute möglich gemacht haben. Ja, nochmal auf sportlich zurückzukommen. Sie haben gegen Borussia Dortmund gewonnen. Wie stolz sind Sie auch auf Ihren Keeper, auf Königs, dass er da so die Paraden gehalten hat? Pascal hat heute, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Er hat uns wirklich im Spiel gehalten. Wo man auch sagen muss, dass wir auch streckenweise richtig gute Aktionen nach vorne hatten. Wenn ich jetzt an den Pfostenschuss von Maurice Kühn denke oder die ein oder andere Situation, wo wir nicht so gut auf den zweiten Ball gegangen sind, aber wir hatten trotzdem viele Spielanteile, überraschend viele Spielanteile. Aber wir wissen das auch einzuordnen. Wir wissen, dass die Borussia vor zwei oder drei Tagen noch in Zwickau gespielt hat. Jetzt müssen sie nach Los Angeles. Also die sind auch müde, die Jungs. Und das hat man heute auch, glaube ich, gemerkt. Deswegen, wir sind sehr stolz, aber wir wissen es auch richtig einzuordnen. Sehr müde. Sie haben ja auch noch zwei Spieltage vor sich in der Oberliga. Ja, was ist da noch so jetzt hier? Momentan Platz 9? Ja, also wer mich kennt, der weiß, dass ich mit der Platzierung nicht ganz so zufrieden bin. Es wird zwar immer wieder gesagt, ja, Aufsteiger, einstelliger Tabellenplatz. Ja, aber wir haben noch zwei Spiele vor der Brust und ein ganz besonderes gegen den ASC Dortmund. Und da sind wir auch den Mitbewerbern gegenüber verpflichtet, dort nochmal alles in die Waagschale zu werfen. Und das werden wir am Montag tun. Wir werden den Dortmunder nichts schenken. Wir werden in Böwinghausen, das ist ja ein Dortmunder Stadtteil, bei unserem ominösen Heimspiel nochmal alles in die Waagschale werfen und versuchen, drei Punkte zu holen. Letzte Woche Donnerstag war ja ein sehr unangenehmes Spiel für Sie. Können wir einfach mal fragen, wie geht es Ihnen heute? Wie geht es Ihrer Nase? Ja, also ein unangenehmes Spiel würde ich jetzt differenziert betrachten. Also zum einen war es natürlich ein schöner Tag für uns. Wir sind Pokalsieger geworden und haben den Titel verteidigt. Das ist nicht selbstverständlich in Herne. Das hat es jetzt seit 15 Jahren nicht mehr gegeben. Ja, und was am Rande passiert ist, war natürlich unschön. Aber ich glaube, man kann auch dem Wanne 11 keinen Vorwurf machen. Das waren Taten von Einzelnen, die da übers Ziel hinaus geschossen sind. Und meiner Nase geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe morgen noch so eine kleine ambulante OP, weil so ein Hämatom entfernt werden muss. Aber auch da, ich habe gesagt, dass ich die Entschuldigung annehme und dabei bleibt es. Es wird keine Anzeige geben. Nichts. Also von daher Schwamm drüber. Alles vergessen. Gut, jetzt gingen die ganzen Einnahmen von heute ja auch größtenteils ja auch mit ins neue Stadion rein. Ja, wo denken Sie, werden Sie mit dem neuen Stadion dann die nächste Saison, ja, wo werden Sie da vielleicht dann schon rausgehen? Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns nächstes Jahr sportlich nochmal ganz anders positionieren wollen. Wir haben Heimspiele und ich glaube auch, dass das Umfeld gerade diese Lust versprühen wird. Das neue Stadion zu sehen, die neue Mannschaft zu sehen, mit ganz, ganz vielen jungen Spielern, die für Leidenschaft, für Emotionen, für Einsatzbereitschaft stehen. Von daher sind wir optimistisch, dass es nächstes Jahr, konkret gesagt, unter die ersten vier, fünf Mannschaften geht. Ja, und wie gesagt, wir wollen nächstes Jahr oben angreifen. Wir freuen uns drauf. Ja, wir freuen uns drauf.